Freunde, es ist ungefähr 1 Uhr. Ich werde jetzt meinen kleinen Bruder entführen und mit ihm zusammen zu Meckes gehen. Alle schlafen hier gerade schon. Wir haben hier gerade... Ich muss kurz beschärfen. 1 Uhr... Ja, ihr seht es selber, Freunde. Hier. 1 Uhr 25. Ja, Freunde, Jaleh ist auch schon am schlafen. Ich werde gleich hereinplatzen und ihn aufwecken. Gucken, wie lange wir unentdeckt bleiben. Deswegen abonniert schon mal den Kanal, Freunde, weil ab heute kommen wirklich jeden Sonntag und jeden Mittwoch um 18.30 Uhr regelmäßig YouTube-Views von mir. Deswegen drückt jetzt auf Abonnieren. Wir sind fast die 600.000, Freunde, ab 600.000 Abonnenten kommt ein kleines Special-View auf YouTube, Freunde, und ihr könnt was gewinnen. Deswegen alle abonnieren und Glock aktiven. By the way, Freunde, ich muss euch zeigen, wo ich bei meinem Baba schlafe. Also, ja. Okay, Freunde, wir schleichen uns jetzt hier langsam durch. Wie ist das? Hier ist das Schlafzimmer von Papa. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommen wir zu meinen Geschwistern. So, Freunde, jetzt. Wir sind schon mal Alarmschlafen. Jaleh los. Jaleh los. Wir müssen abbauen. Hast du Lust auf McDonalds? Wir wollen zu McDonalds-Heim nicht. Okay, komm, steh auf, zieh dich an. Du musst dich erst mal was anziehen. Das ist richtig nett. Er freut sich. Komm, bist du fertig? Ich stelle da kurz anziehen. Einfach schnell die Silatze. Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Oh mein Gott, die werden das locker merken, Janelle. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Du, du kennst uns doch gerade, ich merke, wie sie auch schlafen sind. Ja, aber irgendwann merken die das 100 Prozent. Ja, das merken wir gleich. Als der Wolf, die Tutu. Ja. Das war schon gut. Okay, Freunde. Wir haben jetzt erst mal das Auto so. Und wir können uns jetzt McDonalds. Ich sag es dir erst mal, Jambule. Steigen sie ein, mitten in der Nacht. Nein, nicht vorne. Hallo, du hörst dich. Er will wieder fahren. Okay, guck mal. Ich erlaube dir einmal anzumachen. Drück mal diese große Ding. Nein. Da, da, auf diese dicke, große. Drück das. Und jetzt musst du hier diese Startkopf drücken. Ja? Ja. Nein, du musst gleichzeitig. Drauf drücken, auf Bremse durchdrücken. Drück richtig doll drauf. So. Ich stehe zu weit weg. Und. Hä? Ja, drücken. So. Okay, drück. Drück richtig doll da. Ja, drück richtig doll und. Und jetzt das in der Mitte. Ohoho. Jessen. Nein, Hanno. Du machst uns einen Unfall. Ich schwöre, wenn der jetzt irgendwo gegenfällt, hör auf. Nein, nicht drücken. Geh raus, geh raus, geh raus. Diesen Unfall kann ich mir jetzt nicht leisten, Freunde. Okay, andere Seite bitte einmal. Ja, Freunde, wir haben es schon mal geschafft. Wir sitzen im Auto. Und jetzt geht es erstmal abhauen zu McDonalds. Ich bin richtig gespannt, ob Baba anruft. Glaubst du, Baba ruft an? Nein, nein, natürlich. Schnell. So, Jalal, wir sind angekommen bei McDonalds. Weißt du schon, was du willst? Alles? Und was willst du denn? Warte, ich sag's. Okay, wenn du jetzt Hallo sagst, musst du sagen Schuhschnecke, wie geht's? Okay. Okay, mach mal aufhören. Hallo, Schuhschnecke, wie geht's? Schuhschnecke, wie geht's? Hallo. Vier Happy Nils bitte. Ein Happy Nils? Ja, vier. Vier Happy Nils. Und... Also vier Happy Nils? Ja, vier Schnecke. Das ist einfach auf eine Worte. Freunde, ist das gerade mal? Warte mal, wo sieht man das hier? Kann man diese Uhrzeit erkennen? Ich weiß nicht, ob man sie gerade im Video sieht. Okay, Jalal, wir spielen ein Spiel, okay? Das Spiel heißt, wie gut kennst du mich? Okay, drei, zwei, eins. Habe ich eine Freundin? Ja. Spiel vorbei. Schnell. Ja, Monat, ich bin jetzt anders. Okay. Wann bin ich geboren? Ich muss das Spiel abbrechen. Jalal, was magst du mehr, sei ehrlich? McDonalds oder Burger King? McDonalds. McDonalds? Schau. Ich liebe McDonalds, ich schwöre. Wollah, dieser Monat war so hart. Bitte sponsert mich doch, Jani. Gib doch weh, Jani. Eine Kooperation. Danke. Oh, schon mal die ersten. Pack die so irgendwie auf den Boden. Oh, den Boden? Ja, irgendwie ja schon. Wie sollen wir das sonst machen? Es wird ja alles auslaufen, Freunde. Hä? Dankeschön. Ich weiß auch nicht, warum wir sechs Wischig haben. Die haben wir einfach übertrieben. Danke schön. Oh, ich krieg's noch hin, ich krieg's noch hin. Ich hab's. Das ist alles, ja? Ja. Okay, danke dir. Ciao. Tja. Da ist die Tüte fast rumgefallen, Digga. Ja, du musst nur mit mir gehen. Jetzt wird erstmal... Jalette, warum hast du überhaupt so viel bestellt? Wir haben zwei Riesentüten und sechs Milchshakes. Damit meine ganzen Schwester, wenn die morgen einfach... ...frühstücken, das ganze Wochen frühstücken. Damit die überhaupt mehr haben, gar nichts essen. So, Freunde, wir gönnen uns jetzt hier eine schöne Freizeit. Und Jalette, wie ist es? Sei ehrlich, nachts unterwegs zu sein. Gern mal, gern mal, irgendwas von hier, Nuggets oder so. Nuggets. Irgendwas. Gibt's nix? Wow. Schmeckt gut oder nicht? Sei ehrlich. Einmal, Jalette, einmal nachts draußen. Das ist ja krank. Oh mein Gott, Freunde, ihr wisst gar nicht, Bebba hat gerade angerufen. Jalette, hast du das gerade gehört? Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sollen wir nach Hause? Ich weiß nicht. Was sagst du? Aber wenn wir nach Hause kriegen, dann kriegen wir Schläge. Ja, aber sollen wir hierbleiben? Wo ist dein Handy? Wo ist dein Handy? Hat er dich schon angerufen? Noch nicht? Nein. Noch gar nichts? Okay, dann sind wir ja sicher. Jalette, was machen wir jetzt? Nach Hause. Also nach Hause, sollen wir nach Hause, meinst du? Ja, lieber nach Hause. Okay, dann nimm mal diese ganzen Sachen hier. Nimm mal schon mal hier. Lass, pack das zu dir. Oder wollen wir das hinten hinlegen? Ja. Das bleibt zu, alles. Ich leg das auch mal nach hinten. Okay, alles zu. Ist die Tür zu? Was denn? Oh, dann. Was redest du? Gib mal an. Hallo? Hallo. Willkommen nach Hause. Willkommen nach Hause. Ein ganz bisschen McDonalds. Willkommen nach Hause. Komm her. Ja, Baba, hallo. Was ist los? Wo seid ihr? Wann kurz McDonalds? Jalette hat der Hund. Mitternacht, du bist hier ein McDonalds oder was? Kommt ihr jetzt sofort? Ja, wir kommen. Oh mein Gott, der hat einfach aufgelegt. Der ist richtig sauer, ne? Okay, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Mal gucken, ob wir vielleicht Baba mit den anderen Happy Moods glücklich machen können. Vielleicht verzeiht er uns dann. Okay, Freunde, wir haben es irgendwie geschafft. Jetzt wird dir einfach 100% was runterfallen. Egal, Freunde, wir versuchen jetzt erstmal hier hoch zu gehen. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Let's go. Ich habe Angst. Umbrannt. Warte, 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 wir machen einen Deal. Was mit dem? Warte, 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 wir machen einen Deal. Warte, warte doch, wir machen einen Deal. Wir haben dir was mitgebracht. Plus, wir versprechen, dass wir sowas nie wieder machen, okay? Okay, wir haben dir ein Fisch-Meg mitgebracht. Wir haben dir hier ein Fisch-Meg-Menü mitgebracht. Zwei Stück. Zwei Stück. Na gut, komm, komm. Man kann ihn einfach bestechen. Ich kriege Schläge, geht nicht.